Ja, ich bin Matthias Fröhlich, Moderator von Teletop und ihr schaut Joke TV und mein Witz wäre, da ist ein Mann am Strand und irgendwann schaut die Frau mal rüber und sieht auf seinem besten Stück das Wort Rumbalotte tätowiert. Sie fragt sich, was heisst Rumbalotte und irgendwann fragt sie ihn einmal und er sagt dann, ja, sie müssen wissen, wenn der irgendwann einmal steht, dann heisst es Ruhm und Ehre der baltischen Flotte. Oh, Jesus!